Albert Einstein spielte eine Schlüsselrolle für die Quantenmechanik aufgrund seiner Theorie des photoelektrischen Effekts, doch dessen philosophische Implikationen beunruhigten ihn zutiefst. Obwohl ihn die meisten dank seiner Formel E gleich mc² kennen, war sein letzter großer Beitrag zur Physik eine Veröffentlichung von 1935, die er zusammen mit seinen jüngeren Kollegen Boris Podolski und Nathan Rosen verfasste. Bis in die 1980er Jahre betrachtete man das EPR-Papier als Kuriosum, doch seit kurzem steht es im Mittelpunkt eines neuen Verständnisses der Quantenphysik, da es ein seltsames Phänomen beschreibt, die sogenannten verschränkten Zustände. Die Abhandlung beginnt mit der Betrachtung einer Quelle, die Teilchenpaare auswirft, die beide zwei messbare Eigenschaften besitzen. Jede Messung hat zwei mögliche Ergebnisse mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit. Sagen wir 0 oder 1 für die erste Eigenschaft und A oder B für die zweite. Sobald eine Messung durchgeführt wurde, liefern nachfolgende Messungen derselben Eigenschaft bei demselben Teilchen dasselbe Ergebnis. Das Seltsame an diesem Szenario ist nicht nur, dass der Zustand eines einzelnen Teilchens unbestimmt ist, bis er gemessen wird, sondern auch, dass die Messung dann dessen Zustand bestimmt. Darüber hinaus beeinflussen sich die Messungen gegenseitig. Wenn man misst, dass ein Teilchen Zustand 1 hat und dann die zweite Messung durchführt, hat man eine 50%ige Chance, entweder A oder B zu erhalten. Wiederholt man dann aber die erste Messung, hat man eine 50%ige Chance, 0 zu erhalten, obwohl für das Teilchen bereits 1 gemessen wurde. Wechselt man also die zu messende Eigenschaft, wird das ursprüngliche Ergebnis verändert und ein neuer, zufälliger Wert entsteht. Noch seltsamer wird es, wenn man beide Teilchen betrachtet. Die zwei produzieren zwar zufällige Ergebnisse, aber vergleicht man sie, bemerkt man, dass sie stets perfekt korreliert sind. Wurde zum Beispiel für beide Teilchen 0 gemessen, bleibt diese Beziehung für immer bestehen. Die Zustände der beiden sind verschränkt. Misst man das eine, weiß man auch über das andere Bescheid, mit 100%iger Sicherheit. Diese Verschränkung scheint jedoch Einsteins berühmte Relativitätstheorie zu widersprechen, da nichts die Entfernung zwischen den Teilchen begrenzt. Misst man das eine mittags in New York und das andere eine Nanosekunde später in San Francisco, erhält man immer noch dasselbe Ergebnis. Wenn aber die Messung den Wert bestimmt, dann müsste ein Teilchen ein Signal mit 13-millionenfacher Lichtgeschwindigkeit an das andere senden, was laut Relativitätstheorie unmöglich ist. Daher bezeichnete Einstein die Verschränkung als spukhafte Fernwirkung und lehnte sie ab. Er kam zu dem Schluss, die Quantenmechanik sei unvollständig und eine bloße Annäherung an eine tiefere Realität, in der beide Teilchen vorbestimmte, uns verborgene Zustände haben. Anhänger der orthodoxen Quantentheorie, angeführt von Niels Bohr, behaupteten, Quantenzustände seien grundsätzlich unbestimmt und die Verschränkung ermögliche, dass der Zustand eines Teilchens von dem seines entfernten Partners abhängt. 30 Jahre lang steckte die Physik hier in einer Sackgasse, bis John Bell herausfand, dass der Schlüssel zum Testen des EPR-Arguments darin bestand, Fälle mit unterschiedlichen Messungen an beiden Teilchen zu untersuchen. Die bevorzugte Hypothese von Einstein, Podolski und Rosen der lokalen verborgenen Variable begrenzt streng, wie oft man etwa 1a oder b0 erhalten kann, weil die Resultate im Voraus festgelegt sein müssen. Bell zeigte, dass der reine Quantenansatz, bei dem der Zustand bis zur Messung tatsächlich unbestimmt ist, andere Grenzen hat und unterschiedliche Messergebnisse vorhersagt, die im vorbestimmten Szenario unmöglich sind. Nachdem Bell herausgefunden hatte, wie man das EPR-Argument testen kann, machten sich Physiker an die Arbeit. Neben John Clauser in den 70ern und Alain Aspé in den frühen 80ern kamen gleich Dutzende von Forschern zum selben Ergebnis. Die Quantenmechanik ist korrekt. Die Korrelationen zwischen unbestimmten Zuständen verschränkter Teilchen sind real und lassen sich durch keine tiefere Variable erklären. Das EPR-Papier erwies sich als falsch, aber auf brillante Weise. Es veranlasste Physiker dazu, intensiv über die Grundlagen der Quantenphysik nachzudenken, deren Theorie weiter auszuarbeiten und Themen wie Quanteninformatik zu erforschen, ein heute florierendes Feld, das Computer mit beispielloser Leistung hervorbringen könnte. Leider verhindert die Beliebigkeit der Messergebnisse Science-Fiction-Szenarien, wie das Verschicken von Nachrichten mit Überlichtgeschwindigkeit mittels verschränkter Teilchen. Die Relativitätstheorie ist also vorerst nicht gefährdet, aber das Quantenuniversum ist viel seltsamer, als Einstein glauben wollte. Finde in diesem Video mehr über die brillante Welt Einsteins heraus und lass dir das verblüffende Zwillingsparadoxon erklären.